Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Warum sitzen bei Theatervorstellungen in Behindertenwerkstätten die Glaskläpfigen immer in der ersten Reihe? Ganz einfach. Damit die Einarmigen, die dahinter sitzen, auch mal klatschen können. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nehmt ihn mit, erzählt ihm euren Freunden und ich wette, ihr habt damit einen guten Start in die Woche. Abonniert meinen Kanal und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Danke sehr.